Industrie 4.0 Ist unsere Produktionstechnik an einem Scheideweg angekommen? Wer bestimmt heute, wohin sich die Produktionstechnik von morgen entwickelt? Wir Produktionstechniker an WZL und IPT untersuchen und entwickeln bereits seit vielen Jahren IT-Systeme für die Produktion. Mit Industrie 4.0 erhalten diese Entwicklungen eine neue Dynamik. Das Aachener Werkzeugmaschinen-Kolloquium ist mehr als eine produktionstechnische Fachkonferenz. Bereits ein Dreivierteljahr vor der Veranstaltung treffen sich hier Vorstände, Entwicklungsleiter, Forscher und politische Vordenker, um den Ablauf vorzubereiten. Mehr als 60 ausgewiesene Führungskräfte und erfahrene Praktiker aus verschiedenen Branchen und Disziplinen legen die Inhalte der Tagung gemeinschaftlich fest. Ein intensiver Austausch zwischen Wissenschaft und industrieller Praxis, aus dem ein qualitativ einzigartiges Vortragsprogramm entsteht. Das AWK thematisiert die technologischen und planerisch-organisatorischen Herausforderungen der Vision Industrie 4.0 in der Produktionstechnik. Wie können Unternehmen heute mit der Komplexität innerhalb der Produktion sowie mit der internationalen Vernetzung umgehen? Jede Expertengruppe stellt ihre Ergebnisse vor, präsentiert Ideen und Erfolgskonzepte. Das Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen und das Fraunhofer Institut für Produktionstechnologie stellen auf dem AWK Applikationsbeispiele und Lösungskonzepte für notwendige Entwicklungen in den kommenden Jahren vor. Die Vision der Industrie 4.0 muss wesentlich weitergedacht werden als die reine Vernetzung zwischen IT-Systemen und Produktionstechnik. Wir glauben an den Erfolg von Industrie 4.0, suchen aber gleichzeitig die intensive fachliche Diskussion mit Experten aus der Industrie. Für das AWK holen wir sie gemeinsam zu uns an einen Tisch. Und genau das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Industrie 4.0 Aachener Perspektiven Beispiel Beispiel Vielen Dank.